Französische Bulldogge. Mehr als nur ein hübsches Gesicht. Diese kleinen, muskulösen Hunde mit den großen, ausdrucksstarken Augen und den charakteristischen Fledermausohren haben die Herzen vieler erobert. Ursprünglich in England als Miniaturausgabe der englischen Bulldogge gezüchtet, fanden sie ihren Weg nach Frankreich, wo sie zu dem wurden, was wir heute kennen und lieben. Ihre Beliebtheit ist nicht nur ihrem einzigartigen Aussehen geschuldet, sondern auch ihrem freundlichen, verspielten Wesen. Die französische Bulldogge ist bekannt für ihre Anpassungsfähigkeit und fühlt sich sowohl in einer kleinen Wohnung als auch in einem großen Haus wohl. Sie brauchen regelmäßige, aber moderate Bewegung und vor allem viel Zeit mit ihrem Menschen. Doch ihre Beliebtheit hat auch eine dunkle Seite. Hinter dem süßen Blick der französischen Bulldogge verbirgt sich eine Geschichte von Zuchtpraktiken, die ernsthafte Fragen aufwerfen. Trotz ihrer robusten Erscheinung haben französische Bulldoggen einige gesundheitliche Bedenken, darunter Atemprobleme und Hautallergien. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Betreuung sind entscheidend, um ihnen ein langes, glückliches Leben zu ermöglichen.